Elendsruinen Die Elendsruinen, hier leben die Goumon. Sie bauen wundersame Skulpturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein! Ich habe das Gefühl, dass wir dann die Hitze hier drinnen entpuppen. Wie wir hier gerade gemerkt haben. Und dann wird hier vielleicht Lava strahlen. Hüpsa! Guck mal, was ist das? Die Goumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Oh, oh, oh! Hä? Was mache ich damit jetzt? Benutze das Lichtgefäß, um die Goumon-Skulpturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Oh! Oh! Na, das hat ja gut funktioniert. Ich kann dann auch noch die Decke hochlaufen. Okay. Die Decke, sag ich schon. Ich sollte vielleicht hier speichern, damit wir diese Sequenz nicht tausendmal sehen. Ich glaube, wir können da hochkrabbeln, oder? Ach so ist das! Oh, shit! Ich habe nicht richtig springen können. Aber was ich nicht schlecht finde... Ah! Ich muss schon... Ich muss das schon aktiviert haben, sonst kann ich da nicht langlaufen. Es ist ein bisschen anders, weil, ähm, normalerweise geht man davon aus, dass dann die Steuerung sich verändert. Aber das tut sie in diesem Fall nicht. Oh! Ah, Mist! Es hat auf jeden Fall irgendwie geklappt. Jetzt probieren wir das nochmal. Ach, du Schande! Höpa! 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 Ja, natürlich! Fall wieder ganz runter, Tanner. Okay, ich sterbe mal gerne. Äh... Wie soll ich denn das machen? Höpa! Und Höpa! Und Höpa! Und Höpa! Höpa! Yippie! Okay, das hat ja irgendwie funktioniert. Oh nein! Boah! Ich bin da durchgesegelt! Glaubst du's denn? Das ist ja genial! Ähm, was ist das? Ich muss da jetzt drüber. Anders geht es gar nicht. Was mir nur Sorge macht... Achso, diese Kugel... Ich weiß nicht, warum die da lang schießt. Aber die sollte vielleicht verhindern, dass ich irgendwo anders lang gehe. Es gibt immer mehrere... Äh, mehrere Wege tatsächlich. Man kann da oben lang laufen, man kann hier unten lang laufen. Ich entscheide mich für unten. Ähm. Da ist ein Schlüsselstein. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Hä? Okay, das habe ich jetzt gerade nicht begriffen, wie das geht. Man hat es, glaube ich, gemerkt, weil ich mich gerade in den Freitod bewegt habe. Okay, diese Stelle hier geht ja noch. Sehr einfach. Hüppah. So. Ho, wir haben ihn. Sehr schön. Ich muss... Oh, ich habe nicht gespeichert. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich muss erst mal... Geht das nicht? Das ist aber doof. Zum Glück bin ich gut im Springen. So. Das kommt bestimmt... Ui. Was ist jetzt passiert? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Wieso fliege ich dann da drauf? Ah, ich verstehe. Warte. Ah. Vorbei. Okay, ich verstehe jetzt die Physik dahinter. Das muss man erst mal ein bisschen ausprobieren. Es ist ein bisschen... Ja, ein bisschen anders, als ich es jetzt gerade... Ah. Okay. Kann ich da auch noch hoch? Mist. Also so schon mal nicht. Das ist voll genial gemacht. Da muss ein Kartenfragment rein. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo versteckt. Die Frage ist nur, wo finden wir es? Ob wir das jetzt hier in der Ecke finden? Ah. Mist. Bring mich um. Okay. Ich muss... Ich muss erst mal suchen. Oh, diese Musik ist so gut. Und umdrehen. Und hoch. Und in diese Richtung. Ähm. Ja, mein Teleporter. Ich glaub's ja gar nicht. Sirsen. So, ich will jetzt hier hoch. Oh. Okay, das ist mal ein schwacher Frosch gewesen. Hier wird's immer dunkler. Kann es sein, dass ich mich hier irgendwie... Da oben sind noch Schlüsselsteine. Ich... Ich muss die haben, damit ich dann wieder hier runter kann. Jetzt ist er tot. Es hat auch lang genug gedauert. Und hepp. Okay, das muss ich jetzt irgendwie überleben. Wir haben ihn. Was? Scheiß. Die Wand an. Das ist natürlich schon krass. Oh man. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist mir grad eine Rätsel. This was a Rätsel. Boah. Boah. So, tschüss. Ich muss hier speichern. So, es ist tot. Gut. Okay, wir müssen jetzt also... Hier rüber. Dann muss ich... Oh. Nein. Toll. Es lebt noch. Okay, wir haben's. Hoppa. Und... Jetzt kurz warten. Und... Schwups. Ich muss, glaube ich, in dem Moment springen. Boah. Es hat geklappt irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das gerade gemacht hab. Hui. Ähm. Wie soll ich denn da durchkommen? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ach so. Okay, ich bin auch sehr... Hm. Nein! Och Mensch, das gibt's doch nicht. Okay. Das ist schon weit. Hoch. Was ist das denn? Huh. Huh. Das ist krass. Mit diesem Strahl. Ha. Hihihihi. Los. Katz ab. Huh. Hilfe. Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird ja immer besser hier. Ähm. Wo bin ich? Ich bin da irgendwo und ich komm wahrscheinlich beim Schlüsselstein raus oder was? Hä? Äh, beim Schlüsselstein. Sag ich schon. Beim... Beim Kartenfragmentstein. Okay. Einsammeln. Hüpfen. Oh, na toll. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken gerade. Toll. Wo geht's denn nach unten eigentlich? Ich glaube in den Tod, oder? Ach nee. Okay, bring mich um bitte, Terra. Das war gerade genial. Also man fällt tatsächlich dann unten beim Fragment raus. Höppa. Nein! Hm. Ich... Dann ist er nicht gesprungen. Nein! Okay, wir sterben noch dreimal. Weil es Spaß macht. Okay, hier war das doch, glaube ich. Bumm! Äh. War das hier alles? Ich muss da runter? Echt? Jetzt ernsthaft? Ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Okay. Gyro-Animo! So. Spinne ist tot. Und dann wollen wir mal alle... Was? Mir fehlt ein Stein. Äh. Hä? Habe ich einen vergessen? Da unten? Da unten ist einer? Also jetzt nicht nach... Moment. Wieso habe ich den da vergessen? Okay. Speichern wir mal eben. Oh. Hm. Okay, da müssen wir mal gerade gucken gehen. Ah, da oben ist er. Ich sehe ihn. Jetzt verstehe ich das, weswegen das da schießt. Moment. Das können wir auch so machen. Okay. Das, ähm... Erklärt natürlich so einiges. Was? Hüppah! Oh. Was? Diese Blume kann mich noch umbringen? Oh. Nein! Oh. Mimpf. Ist denn das ein bisschen doof? Oh. Nein! Was tue ich denn? Ist ja unglaublich. Okay, ich muss es jetzt irgendwie schaffen. Ich könnte es natürlich... Ach so schaffen. Ist vielleicht jetzt... ...nicht gerade so unbedingt... ...die schönste Art und Weise, es hinzukriegen. Aber es geht. Warum bin ich da eigentlich nicht gleich drauf gekommen? Ich habe diesen Schlüsselstein vorhin nicht gesehen. Glaubst du das denn? Na ja, aber gut. Diesen Weg kennen wir ja schon. Hüppah! Ernsthaft. Das kann es ja nicht sein. Hüppah! So, jetzt sind wir drüben. So. Und nochmal. Und... ...wir sind hier. So, jetzt muss ich nochmal kurz warten, bis das Ding wieder hier ist. Oder kann ich da rüberspringen? Ne, ich glaube, das wird zu knapp. Ich finde dieses Schutzschild nicht schlecht. Darf ich das behalten? So. Hier haben wir es zum ersten Mal gehabt. Das hier mit dem Springen. Das können wir ja mittlerweile aus dem FF. Hä? Was war denn das für eine Kacke? Warum lässt du denn dieses Ding nicht fallen? Ich verstehe nicht, wie man das nicht fallen lassen kann. Oh. Ah, wird's denn entnissen, jo? Wir haben so viel Spaß bei diesem Spiel. Also, liebe Leute, das darf ja gar nicht anders sein. Wir müssen total viel Spaß ausstrahlen, weil es total Spaß macht zu sterben. Ah! Was? War gerade was? Na, mir ist gerade eine heilbesicherung durchgebrannt. Aber sonst geht's, ne? Sonst ist noch alles heile. Ich. Wupp. Ich mach das jetzt auf Nummer sicher. So, äh. So, Kartenfragmenten hab ich nicht. Das könnte ja gut sein. Warte mal, ich will mal gerade auf die Karte gucken. Hier ist es auch nirgendwo sichtbar. Also, ich geh mal davon aus, das wird hier auf der Seite sein. Mal sehen. Oh, stopp. Stopp! Geht doch. So. Jetzt haben wir die Türen offen. Oder die Tür offen. Oh. Ah! Da ist er ja wieder. Er-Gummon ist hier drin. Ich hoffe, er mag uns noch. Was ist das denn? Ähm. Was macht Uri da? Ähm. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben. Was sie gebaut haben. Sieh dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Ich bin. Was schrein? Ich. Was ist das? Ich bin. Ist das denn? Ich bin. Ich finde die Musik hier sehr, sehr finster teilweise. Beine runtergefallen. Aber jetzt kann ich mich hier endlich wieder wie gewohnt bewegen. Ist das die Königin? Ich frage mich, ob Gumao von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben. Dass wir noch lebend, während sie von uns gegangen sind. Es ist ein bisschen traurig. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Höllenmaschine hier? Boah, ey. Nein! Oh, Mist. Soll ich nochmal eben speichern. Ähm. Angst, Angst. Höpa! Boah. Ähm, ich weiß gerade nicht. Wo bin ich hier? Äh, äh, äh. Okay. Ich bin hier gerade irgendwo, wo ich nicht weiterkomme anscheinend. Oh doch, ich komme hier weiter. Ich bin gut. Wo bin ich? Ähm. Ähm. Kann das sein, kann das sein, dass das hier schon der Raum ist, wo ich hin muss? Ich glaube, ich gehe nochmal runter. Äh. 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 Das war gewollt, dass ich das so mache. Äh. Äh. Puh. Boah, ey. Das kriege ich nicht auf. Höh. Okay, das kann ich. Oh, was? Was? Ich bin tot. Nein. Nein. Das ist aber nicht wahr. Nein. Oh. Nein. Das ist hier schon... Was? Wie soll mich denn das jetzt gerade erwischen? Wow. Das ist ja... Oh. Oh. Hm. Meine absolute Lieblingsstelle. Oh. Hm. Ach so. Es ist nur der Strahl hier. Der hier rein scheint. Okay. Es geht da oben auf. Wer weiß, wo ich da hinkomme. Ich will speichern. Ist dir das nicht möglich? Oh. Es ist möglich. Mann. 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 Nein. Ich frag mich ja, wo geht's da hin und wo geht's... Da ist irgendwas... ...so Style-mäßiges. Oh. 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 Mann. War das knapp. Wo bin ich denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, wo es hier hingeht. Oh ne. Ich kann nicht speichern. Ganzhaft. Was? Wieso? Wieso bringt's mich um? Warum? Oh. Ach so. Ich hab ja zwei Fähigkeiten gekriegt. Ultra-Geist-Magnet. Nein. Ich möchte das. Äh. Trotzdem hab ich keine... Das wird sowieso gleich wieder... Dass ich's nochmal einsetzen muss. Shit. Da unten. Okay. Soweit hab ich's. Uah. Schon mal wieder. Uah. Ich weiß jetzt nicht, wo... Wo hier das Ende ist. Wo es weiter geht. Weißt du? Das ist mein... Das ist mein ganz großes Problem, was ich gerade habe. So. So. Erst mal gucken, wie sich das Ding hier bewegt. Das britzelt einem den Kopf weg, wenn man Pech hat. Ah. Och, nö. Weil dann... Dann hängt man da so komisch. Wenn der Doppelsprung dann doch ein bisschen zu gut ist. Scheiße. Oh. Was? Deswegen bin ich hier unten rein? Okay. Okay. Ah. Da ist noch was. Ein Leben. Eine Lebenszelle. Wie komm ich jetzt hier raus? Sammelst nicht, dass ich nach oben muss. Na toll. Das ist ja wirklich... Oh. Das ist ja ob... Obfitant toll. So. Jetzt bin ich wieder hier. Ja.